Einen wunderschönen guten Abend aus unserem Wohnzimmer. Heute nicht aus dem Reading Home, sondern wie gesagt aus unserem Home Office. Auch der Reading Home macht Home Office. Gründe sind bekannt. Wir hatten heute am Abend einen Vortrag. Der Vortrag heißt Girl Power. Anlass des Vortages ist eigentlich der 109. Jahrestag des Frauentags. Der erste Vortrag wurde ja am 19. März 1911 abgehalten. Wichtig noch, weil wir, dass Sie sehen, dass wir wirklich professionell sind und den Reading Home auch vertreten. Einmal unser Logo. So, wunderbar. Dankeschön. Mein Name ist Thierry Elsen. Mein Name ist Gaby Röckel. Und wir sind das Reading Home Dream Team sozusagen. So, gehen wir gleich los. Um was handelt es sich? Wie gesagt, wir präsentieren heute vier führende Frauen der österreichischen Frauenbewegung. Und jetzt zeigen wir einfach mal ein kurzes Bild. Schlecht ausgedrucktes Diagramm, aber man erkennt einiges. Wir haben heute den größten Punkt umkreist Marianne Hänisch. Sie steht definitiv im Zentrum unserer Betrachtungen heute. Dann hätten wir Rosa Mayreder über ihr. Ganz unten in der Ecke haben wir Elise Richter. Ja, man sieht es ja. Und oben in der Ecke ist Adelhard Popp. Da werden wir auch ein bisschen noch was erzählen. Kurz zu den Biografien der vier Damen. Ich mache es relativ kurz und knackig, weil das kann man eigentlich alles im Lexikon nachlesen und brauchen wir nicht allzu viel erzählen. Wir haben im Prinzip drei Damen, die man sozusagen dem bürgerlichen Lager zurechnen kann. Das wären Marianne Hänisch, Rosa Mayreder und Elise Richter. Und wir hätten mit Adelhard Popp eine Vertreterin der Sozialdemokratie. Jetzt hätte man noch Therese Schlesinger-Eckstein mit dazunehmen können, so als Bindeglied. Aber das würde dann den Rahmen heute deutlich sprengen. Adelhard Popp hatte letztes Jahr sozusagen ihr großes Jubiläumsjahr. Es war so, dass sie halt 1869 geboren wurde, 1939 verstorben ist und auch noch 1919 ein ganz wichtiges Datum. Sie wurde da Abgeordnete im Nationalrat, zunächst in der konstituierenden Nationalversammlung. Was Adelhard Popp bekannt, Jugend einer Arbeiterin, Fabrikmädchen, das zur Politikerin wurde, zuerst eine Berufspolitikerin, später Nationalratsabgeordnete von 1920 bis 1934, durchgehend im Parteivorstand der SPÖ und zwar von 1903 bis 1933. Man kennt Adelhard Popp, glaube ich, ganz gut. Zumindest wir haben uns immer wieder um sie bemüht. Übrigens wohnte sie in Margaretenzuschluss. Auch noch ein kleiner Hinweis. Die nächste Dame im Kreis ist Marianne Hänisch. Marianne Hänisch ist nicht nur aufgrund des Alters sozusagen die Doyenne der österreichischen Frauenbewegung. Sie wurde tatsächlich schon 1839 geboren, lebte aber bis 1936, also wurde, wie man so schön sagt, steinalt. Sie war wirklich wichtig, weil sie quasi die Vorbereiterin war, indem sie schon 1870 die Ausbildung für Mädchen in Realschulen und den Zugang zu Universitäten forderte. Sie gründete den Muttertag 1924 als Mittel der Frauenemanzipation, das darf man nicht ganz vergessen. Sie war Gründerin des Bund österreichischen Frauenvereins von 1902, den sie dann auch bis 1918 selbst leitete. Sie war Mitglied einer Partei, dazu später mehr, und sie gründete auch die österreichische Frauenpartei, also die erste und einzige Frauenpartei, die sie in Österreich gegeben hat, verstarb dann 1935. Kommen wir zur dritten noch einmal, das ist Elise Richter, die ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Zeigst du uns bitte noch einmal. Da kennt man weniger, das ist diese junge Dame da unten, genau. Elise Richter ist deshalb spannend, weil sie wirklich auch eine der Ersten war, und zwar war sie die erste Frau, die an der österreichischen Universität unterrichten durfte. Und zwar 1907 hat sie ihre Abil endlich nach zwei Jahren durchgebracht und war somit Privatdozentin, wie das damals hieß, am Institut für Romanistik, und zwar bis zu ihrem Ausscheiden 1938. Nach dem Anschluss, da sie Jüdin war, wurde sie aus der Uni rausgeschmissen und durfte nicht mehr unterrichten. Elise Richter war nicht nur die erste Frau, sie war auch die einzige Frau, die in der Monarchie eine Privatdozentur erhielt, war dann 1921 auch außerordentliche Professorin, auch glaube ich ein Meilenstein, wo sie die erste war. Und sie leitete das Phonetische Institut der Universität Wien zum Schluss. Also auch eine sehr spannende Frau. Kommt die letzte im Bunde, Rosa Mayreder. Rosa Mayreder ebenfalls. Soll ich sie zeigen? Ja, zeige sie kurz nochmal, dass man auch ein bisschen, nicht nur mein Gesicht sieht, sondern dass man auch noch sieht, um wie es da wirklich geht. Wunderbar, Dankeschön. Rosa Mayreder, geboren 1858, gestorben 1938, Malerin. Viele vergessen, dass sie zuerst Malerin war, die hat mehrere Karrieren hinter sich gebracht. Frauenrechtlerin, Philosophin vor allem und auch soziologin, feministische Soziologin, wenn man so etwas genau nehmen will, und Schriftstellerin, Lyrikerin zum Beispiel und Dramatikerin. Sie gründete den Allgemeinen Österreichischen Frauenverein zusammen mit Auguste Fickers und gab lange Zeit die Dokumente der Frauen heraus. Eine wichtige Zeitschrift zu Beginn der vorigen Jahrhundertwende, also 1900, um 1900 herum. Außerdem gründete sie eine Kunstschule für Frauen und Mädchen, was auch ein wichtiger Aspekt war. Und ihr Hauptwerk dürfte Geschlecht und Kultur sein, so empfinde ich es zumindest, weil es eine direkte Antwort auf Otto Weiningers Furchtbares Werk, Geschlecht und Charakter war. Außerdem schrieb sie zum Beispiel für Hugo Wolf den Corrigido, das Libretto seiner Oper. So, das waren die Kurzvorstellungen der vier Frauen. Wir schauen sie uns nochmal kurz an im Netzwerk. Genau, das ist ein etwas kleinere Zettel. Passt. So, man sieht ganz deutlich, dass Marianne Hennisch, wie gesagt, im Zentrum der ganzen vier Damen ist. Das ist ganz normal, weil sie quasi mit allen Vieren bekannt war. Marianne Hennisch war die Begründerin der Frauenbewegung. Sie war Mitglied in zahlreichen Organisationen und war auch, wie gesagt, Gründerin der österreichischen Frauenpartei. Sie war mit allen Personen persönlich bekannt, also sowohl mit Rosa Meyräder, mit Elise Richter, als auch mit Adela Popp. Zum Beispiel waren beide Frauen ab 18 bis 1927 zumindest Elise Richter Mitglied der Bürgerlich-Demokratischen Arbeitspartei. Das heißt, Marianne Hennisch, was viele sagen noch immer, Marianne Hennisch war nicht parteipolitisch aktiv. Das stimmt nicht. Sie war zusammen mit Elise Richter in einer Kleinstpartei. Kaum von Bedeutung, aber sie war parteipolitisch aktiv. Und zum Beispiel war sie auch mit Marianne, mit Rosa Meyräder zusammen, zum Beispiel im Allgemeinen österreichischen Frauenverein. Und auch mit Adela Popp immer wieder kreuzte sie die Wege bei diversen Veranstaltungen. Zum Beispiel, nur als ein Beispiel herauszunehmen, als die Gedenkbüste für Auguste Fickert 1929 im Türkenschanzpark in Wien enthüllt wurde, und da waren sowohl Rosa Meyräder als auch Adela Popp dort präsent und hielten Reden. Und Marianne Hennisch war im Komitee, das diese Sache quasi organisierte. Also diese Frauen sind immer wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Das Selbstverständnis, was uns jetzt natürlich interessiert, ist das Selbstverständnis als Feministinnen. Die vier Frauen hatten ein spannendes Verhältnis zum Thema Feminismus. Es war immer wieder unterschiedlich, aber einige Textstellen sind sehr interessant. Nachdem unsere Frauenministerin gemeint hat, sie sei keine Feministin, ist sie eine gute Tradition, allerdings aus anderen Gründen. Zum Beispiel sagt Marianne Hennisch 1870 Ich gestehe, dass ich das Wort Emanzipation stets ungerne für meine Sache angewendet sehe, da sich mit diesen Worten gewöhnlich Ideen verbinden, welche ich nicht hege. Nach dem, was ich über die geringe Ausbildung der Frauen gesprochen habe, wird man mir nicht zumuten, dass ich heute an ein politisches Wirken derselben denke. Und wird mir ferner auch nicht zumuten, dass ich als Österreicherin zu allen übrigen Fragen noch eine politische Frauenfrage auf die Tagesordnung setzen möchte. Gleichzeitig möchte ich aber da tun, dass ich mit den sogenannten emanzipierten Damen nichts gemein habe. Mit Damen, welche sich zur Lebensaufgabe machen, die Luxusgewohnheiten der Herren nachzuahmen. Oder das Streben haben, es diesen darin zuvor zu tun. Wenn wir bedenken, dass Marianne Hennisch Mitbegründerin der österreichischen Frauenpartei war und dass sie auch wesentliche Fragen des Feminismus immer wieder in ihren Schriften aufs Tableau brachte, dann ist es natürlich spannend, dass eine solche Dame sagt, sie sei keine Emanzipierte und sie würde auch nicht wirklich politische Frauenpolitik betreiben. Allerdings, wenn man die Schriften von Marianne Hennisch ein bisschen anschaut, ist das eine Behauptung, die sie immer wieder in ähnlicher Weise aufstellt. Mit dem einfachen Grunde, sie wollte wahrscheinlich keine ideologischen Diskussionen und sich um die Sache kümmern. Also ihr war es so wichtig, die Schule, allgemeine Schulbildung für Frauen und Mädchen im Realgymnasium durchzubringen, dass sie einmal diese Diskussion über Frauenpolitik nach hinten anstellen wollte. Ähnlich ist es mit Elise Richter, die eine unmittelbare Nutznießerin von Marianne Hennisch ist und das auch so sagt. Sie war, wie gesagt, eine jener Frauen, die aufgrund der Vorarbeitung von Marianne Hennisch tatsächlich die Universität besuchen durfte, also Matura ablegen und die Universität besuchen wurde. Das war bitter schön am Ende der 1890er Jahre noch keine Selbstverständlichkeit. Das muss man einfach nochmal erwähnen. Und auch sie, obwohl sie eine Vorreiterin war in diesem Bereich, bezeichnet sich doch eher weniger als der Frauenfrage zugetan. Die Frauenfrage berührte uns in erstaunlicher Weise nicht. Auch nicht in der Form, dass wir uns den Kämpferinnen angeschlossen hätten. Später, als sie die Organisierten uns dazu aufforderten, in den 90er Jahren. Wir hatten gegen die erweiterten Frauen, das ist der Verein für erweiterte Frauenbildung, eher ein Lächeln als dankbare Regung. Und dennoch verdankte ich es ihnen und ähnlichen Bestrebungen, dass ich mich schließlich zu der staatlich anerkannten Matura melden konnte. Mit den erweiterten Frauen meint, wie gesagt, Lise Richter der Verein zur erweiterten Frauenbildung. Wir haben es schon erwähnt, Marianne Heinisch war Mitglied dieses Vereins. Und dieser Verein war maßgeblich daran beteiligt, dass Mädchen ins Gymnasium gehen durften. Das Meisterstück war wahrscheinlich die Gründung der Rahlgassen 1910, das Gymnasium jetzt noch heute und ist relativ bekannt in Wien. Dazu sagt Richter, ein wenig später, Ich betrat die Universität nicht als Frauenrechtlerin. Noch viel weniger dachte ich dabei an den Beruf als Versorgung. Für uns als Erstlinge war der maßgebende Impuls der Trieb nach Selbstentfaltung. Die Sehnsucht, unsere Kräfte in der innengenehmen Art zu brauchen und der menschlichen Gemeinschaft auf ihre innerlich vorgeschriebene Weise nützen zu dürfen. Es war die Sehnsucht nach dem Recht auf höhere Pflichten, nach dem durch die Berufung vorgezeichneten Lebensweg. Dieser Ansatz ist eigentlich heute unumschritten. Das heißt, nach den eigenen Fähigkeiten wünschen soll jeder seine Karriere oder seinen Weg gehen. Damals war es ganz sicher nicht der Fall. Eine ähnliche Position vertritt übrigens auch Rosa Meireda, das muss man auch ganz deutlich sagen. Interessant ist allerdings, dass Richter hier, 1938 schreibt sie diesen Text, wahrscheinlich durch das Bild der Altersmilde oder durch die Brille der Altersmilde ein wenig abschwächt. 1927 klingt das alles ein bisschen anders. Elisa Richter ist zu dieser Zeit tatsächlich politisch aktiv und sie stellt das Ganze dann ein wenig anders dar. Ich war nie darauf ausgegangen, als Frauenrechtlerin zu kämpfen. Ich wünschte, mit aller Inbrunst den Weg zu gehen, auf den innersten Betätigungstrang mich wies, und ich hätte das mir oft vorgehaltene Novum herzlich gern einer anderen überlassen. Die erste zu sein ist nicht uninteressant, aber mancher Kraftaufwand hätte rein wissenschaftlich verwertet mehr gelohnt. Wohl aber empfand ich die staatsbürgerliche Verpflichtung einer Frau, sich der ihr in den Schoß gefallenen politischen Befreiung würdig zu erweisen und mit vollem Verantwortungsgefühl am Rettungswerk aus der Zerstörung an der notwendigen Neugestaltung aller Verhältnisse mitzuarbeiten und bin daher seit dem Umsturz auch politisch tätig. Das Thema, die erste zu sein und dass es belastet, die erste zu sein, finden wir auch bei Adelaide Popp, die politisch gesehen am anderen Spektrum war. Elisa Richter hatte mit der Sozialdemokratie sehr, sehr wenig am Hut. Sie mochte die Sozialdemokratie eigentlich überhaupt nicht und war auch durch und durch eine bürgerlich-großbürgerlich-liberale Jüdin. Adela Popp, hingegen, wie gesagt, anderes Spektrum sozial als auch politisch eingestellt, hatte eine ähnliche Empfindung, wenn es darum ging, die erste zu sein. Meine sozialdemokratische Überzeugung wurde immer bestimmter und ich musste in der Fabrik vieles erdulden. Mein unmittelbarer Vorgesetzter, der seine tyrannische Macht über unseren ganzen Saal ausübte, war immer brutal und mürrisch. Ich hatte ihm bisher nie Anlass gegeben, sich mir besonders zu beschäftigen. Jetzt wurde das anders, denn auch er bemerkte meinen Einfluss auf meine Kolleginnen. Das gefiel ihm nicht und er begann, mich zu beobachten. Er fing an, meine Arbeit zu kontrollieren, wenn es sich sonst genügt hatte, einmal des Tages nachzusehen und er bei mir oft ganz darauf verzichtet hatte, so kam er jetzt zehnmal am Tag. Eines Tages sprach mich mein Arbeitgeber an, um mir mitzuteilen, dass mein Vorgesetzter mit mir unzufrieden sei. Denken Sie daran, dass Sie für eine alte Mutter zu sorgen haben, sagte er zum Schluss. Von der Frauenfrage hatte ich noch immer keine Ahnung, darüber stand nichts in der Zeitung und eine andere Presse als die sozialdemokratische las ich nicht mehr. Ich kannte auch keine Frau, die sich für Politik interessiert hätte. Ich galt als eine Ausnahme und betrachtete mich selbst als eine. Die soziale Frage, wie ich sie damals verstand, hielt ich für eine Männerfrage und ebenso die Politik. Nur hätte ich gerne ein Mann sein mögen, um auch ein Anrecht auf die Beschäftigung mit Politik zu haben. Dass die Sozialdemokraten den Frauen die Gleichberechtigung mit dem Manne erkämpfen wollen, erfuhr ich zum ersten Mal, als ich nach dem Heinfelder Parteitage der österreichischen Sozialdemokratischen Partei das sozialdemokratische Programm las. Wie aber Frauen selbst an den Parteibestrebungen mitarbeiten könnten, wusste ich noch nicht. Adam Popp hatte sicher an zwei Fronten zu kämpfen. Einerseits als Fabriksarbeiterin und junge Politikerin gegen die Männer in ihrem Umfeld, aber andererseits natürlich auch gegen die eigene Partei, die die Frauenfrage mitnichten als wichtig erachtete, zumindest in der ersten Zeit. Bleibt noch die vierte, oder fehlt noch die vierte im Bunde, Rosa Mayreda, die ja eine ausgewiesene Philosophin und Theoretikerin des Feminismus ist. Auch sie hat doch das ein oder andere kritische Wort zum Thema zu sagen. Im Vorwort zu einer ihrer bekannteren Schriften zur Kritik der Frauenbewegung aus dem Jahr 1905 schreibt sie wie folgt. Ich habe mich in diesem Buche nach meiner Weise mit den Problemen der Frauenbewegung beschäftigt. Wenn ich auch in einigen Punkten nicht mit ihr übereinstimme, so halte ich doch die Frauenbewegung für eine jene Erscheinungen, durch welche sich die Gegenwart vor allen Vorhergehenden unterscheidet. Noch mehr, sie scheint mir mit einer höchsten Auszeichnung einer Zeit zu sein, die im Übrigen durch ihre Verarmung an Idealen, an hochgestimmten Gefühlen, an gläubigem Enthusiasmus den Charakter des Niedergangs trägt. Alle vier Frauen bezeichneten sich also nicht als Feministinnen, zumindest zu Beginn ihrer Entwicklung. Sie waren vielmehr die Ersten und sie definierten im Wesentlichen, was damals eine Feministin war und ist. Dass sie weitreichende Folgen, dass das, was sie taten, weitreichende Folgen hat und hatte, ist klar, aber dass der Weg, den sie gingen, ein langer sein würde, war ihnen vielleicht nicht ganz so klar. Wenn man bedenkt einfach, Beispiel, dass Adlai Pop bereits 1920 die Fristenlösung forderte und Johanna Donal sie erst in den 70er Jahren umsetzte, zeigt das, wovon die Rede ist. Dass nach wie vor Frauen in Universitätsprofessorenrollen deutlich unterrepräsentiert sind, ist auch kein Novum. Alle vier Frauen waren die Ersten unter den Ersten. Sie setzten Maßstäbe, wie gesagt, sie waren Wegbereiterinnen und sie mussten viele, viele Kämpfe für uns später, sie mussten viele, viele Kämpfe fechten, die wir dann später weiter fechten mussten. Nun kann man fragen, warum ist es in Zeiten wie diesen wichtig, sich mit einer derartig akademischen Frage vielleicht zu beschäftigen. Hier habe ich eine kleine Grafik vorbereitet, die zeigt, die blauen Balken sind natürlich die Männlein, die rosa Balken sind natürlich die Damen und Frauen, Weiblein. Da sieht man, wie die Verteilung von Frauen und Männern in derzeit ganz wichtigen Berufen ist. Erster Balken Gesundheitswesen, rosa gehört Frauen, blaue Männer. Zweiter ist Erziehung und Unterricht, auch wenn die Schulen jetzt geschlossen sind, Erziehung und Unterricht geht weiter. Auch da sieht man die Verteilung. Und die dritte ist der Einzelhandel. Und auch das ist ein Thema, was im Moment nicht ganz unwichtig ist. In anderen Bereichen sind Männer, Wasserversorgung und Zweite sind Männer natürlich vor der Gründung und in anderen Bereichen ist es ausgewogen. Aber diese drei sind im Moment, glaube ich, die ganz wichtigen Bereiche. Und man kann diesen Frauen, die dort jeden Tag für uns alle, den Mann stehen oder auch die Frau stehen, wie auch immer man das sehen möchte, nicht genug danken. In diesem Sinne ist es vielleicht gar nicht so falsch, sich mit jenen Frauen zu beschäftigen, die heute für uns kämpfen, aber auch mit jenen Frauen, mit denen es angefangen hat. Das war dann mal jetzt der Vortrag, unser erster Homeoffice-Vortrag sozusagen. Wolltest du nicht noch die Bücher zeigen? Ja, ein paar Werbung muss man auch machen, ein paar Produktplatzierungen. Das Bild, was man hinten sieht, ist ein Bild von einem wunderbaren jungen Maler Merlin Dickey. Es ist eine Anspielung auf Dantes Unterwelt. Und es heißt Seven Sins. Und es heißt Seven Sins. Übrigens gibt es ja mittlerweile auch eine achte Sünde, die heißt rausgehen und sich in Gruppen treffen. Das ist die achte Tote Sünde im Moment. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung machen für Bücher. Und zwar alle aus der Edition Libica oder Libizza. Ein wunderbarer Verlag. Ich zeige Ihnen mal das erste, das ist leider vergriffen. Das ist zu Marianne Heinisch, die Mutter. Bitte schreibt es dem Verlag, dass Sie das Buch haben wollen. Dann wird es vielleicht wieder aufgelegt. Er wird sich sehr freuen. Das zweite Buch, was wir haben, ein wunderschönes Buch. Rosa Mayräder, die Farbeleien. Auch in der Edition Libizza erschienen. Unten sieht man es, so wird es geschrieben. Dann noch einmal Rosa Mayräder. Noch ein schöneres Buch. Fantastisches Buch. Aschmedais Sonette. Sonette sind etwas sehr Tolles. Es ist hier die Entstehungsgeschichte der Welt. Ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Auch das können wir sehr empfehlen. Ebenfalls Edition Libizza. Und last but not least, ein rotes Bücherlein. Nicht das Mau-Büchlein, sondern Adleit Popp. Frauenarbeit in der kapitalistischen Gesellschaft. Passt. Extreme Moment. Auch, wie man sieht, da oben in der Ecke. Edition Libizza. Alle, oder Libizza. Alle Bücher sind beim Verlag zu bestellen. Bitte tut das. Kauft Bücher. Das ist im Moment etwas Tolles. Und ist auch einfach problemlos. Und hilft uns allen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Falls es euch gefallen hat, bitte unterlasst uns die üblichen Likes und Kommentare. Falls nicht, tut das auch trotzdem. Wir freuen uns sehr. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. In diesem Sinne. Sie waren uns ein wunderbares Publikum. Wir sagen danke. Danke. Ciao. Ciao. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Untertitelung des ZDF, 2020